Yo meine lieben Zuschauer, heute mal ein etwas anderes Video und zwar möchte ich für meinen guten Freund Fizzy und seinen Clan, von dem ich jetzt mittlerweile auch fast jeden kenne, sind alles korrekte Typen und für korrekte Typen kann man das schon mal machen, möchte ich ein bisschen Werbung machen, denn er hat wieder eine Montage erstellt für uns, die 5000 Abonnenten Montage und jetzt auch für seinen Clan eine, ich nenne es trotzdem Montage, weil ich dieses ganze Clantage und sonst was viel zu verwirrend finde. Auf jeden Fall eine richtig heftige Sache Leute, schaut euch das bitte, bitte, bitte an, ich würde mich so sehr freuen, wenn ihr da raufklickt und euch das anschaut, weil da steckt so viel Arbeit drin und das lohnt sich wirklich, die ist 1A, die ist richtig sauber, die Clips sind so heftig, die würde ich am liebsten einmal in einer Top 50 Best Kills Folge von mir rausbringen, also echt 1A Sachen da drin, tut euch selbst was Gutes, ist was Schönes zu Weihnachten für euch, eine richtig geile Montage, ich wollte, wir wollten für euch eigentlich auch eine machen, aber mit meinem Editor, das ist ein bisschen daneben gegangen, er war noch an einer anderen Montage dran, von Nico Andreas, falls ihr den kennt und dann ist das Ganze, ja, er hat dann keine Zeit mehr gehabt und pipapo, auf jeden Fall kriegt ihr von uns dann auch irgendwann mal später auch mal wieder eine Montage zu sehen, aber jetzt erstmal von Fizzy 1A, wie gesagt, schön draufklicken Freunde, schön raufkauen da, unten auf diesen Button, dann darf ich euch nicht zu machen, mett mal wieder auf den Knall zuerst Wolken, bringer euch das zu können,控 kasih daran ja, universes